Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseltal. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 750 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.